ah ich wollte doch eigentlich nur hier ich wollte eigentlich da drin einschließen aber anscheinend okay gut jetzt von wo komme ich rein ich habe die jetzt alles soweit markiert jetzt ist die frage von wo komme ich rein ich denke von hier habe ich gesehen ja genau ok ok da komme ich doch nicht rein doch hier das sieht mich aus soweit keiner das war erst kann ich da irgendwie sondern hier kann ich nicht wenn ich sie wieder als erst mal drauf jetzt auf die kamera zu mir und irgendeinen konnte ich doch hier ja genau das kann ich nicht mehr hacken ich bin da noch hier ist dort wird es war nicht ob das so klug war aber Ja, das war nicht klug. Das war nicht gut. Was, das war kein Headshot. Am Arsch. Ja, das war nicht klug. Hey, we need some extra bodies here. Nein, braucht ihr nicht. Total. Oh ja. Was? Weg! Weg! Oh fucking hell. Ja, das war knapp. Oh god. Das ist ein Stein. Holy shit. Was? Oh god. Ja, die hast du ja schön geschmissen. Nee, die. What? What? Oh god. Oh god. Oh fuck. Oh god. Oh god. die gelandet was sie gelandet da ist sie gelandet ich weiß sie ganz schlecht gelandet ok machen wir nochmal hinter verstecken ja das war der das neun was machst du was macht er fuck alter neun neun oh oh god nein neun oh mein gott so ich hätte gerne meine spocker meine speckhoffs wieder oh mein gott ja das war mein kampf ok so das war also die nicht so stealth seite ich hätte nur das wecken müssen oder was ah toll ah oh god das müssen wir wieder das machen wir ok so das ist hier das ist da what ok warte mal haben wir das hier so jetzt können wir das hier aktivieren so jetzt haben wir das hier ja das hier aktivieren und so wow das war geil ok da hinten müssen wir so was haben wir hier so was haben wir hier das zeigt mir ja jetzt unglaublich viel oh cool das zieht was wie cannabis nice das ist natürlich auch nicht schlecht okay so was haben wir hier so was haben wir hier die 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 das Heyy! Wird mir interessieren mit was für ne Kamera die da drauf genommen haben. Pisha Fowler, asleep. Bus driver, age 29. Huh. Und sie? Amber Weaver. Positivierte, nice. 27. Ne, das ist eine Zigarette, ne? Health Risk, ach ne! Hier mal merken, Rauchen ist ungesund. Das heißt, das ist jetzt noch was, oder? Ne, tut's nicht. Okay. Cool. Da haben wir noch was. Was wird uns da? CTZN. OS. Was ist denn der guckt wie Fußball oder so? Richard Nichols. Ah. Neue hier? Keine Ahnung. Kill yourselves, you pieces of shit. Yep. Der guckt Fußball. Food Detection. Vielleicht hätte ich euch auch so sagen können. Remote Connected. Collecting TV briefs. Drink Content. Ist das geil? Red Wine. Muss ich sagen, die Typen hier bei der NSL schaffen, die sind ja eigentlich nicht schlecht, wa? Also... ... ... ...